Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Season 2. In der letzten Folge wurde ein Fluchtplan geschmiedet, den wir jetzt dann langsam mal in die Tat umsetzen möchten. Doch zuerst müssen wir wohl etwas arbeiten. Troy bewacht uns immer. Oh, verdammt, ich habe es fast vergessen. Ja. Ja. Well, take her, dann. Ich habe es nicht. Wait, wait, was ist passiert? Nichts. Just chores of a different sort. Komm, City Mouse. Kannst du sie eine Pause? Sie würde wirklich lieber mit uns bleiben, die Leute sie wissen. Okay. Es ist okay. Komm, ich bin. Ich hoffe, dass sie uns hilft, ehrlich gesagt. Ich wollte nur sicher, dass du okay bist. Ich glaubte dir nicht, als du mir über Reggie erzählst. Ich rief und fand Bill, als ich dich verlassen habe. Ich dachte, selbst wenn er es getan hat, hätte er ein bisschen Entschuldigung machen. Aber Bill war so ein Fakt darüber. Wie er ein Weide oder was. Wie es hätte getan werden können. Und das war nur ein paar Momentee, als dein Blut ist kold. Gehätspämpfleren auf und auf deinen Arm. Und es ist okay, dass die Person, die du glaubst, dass du nicht wusste, war nie da. Du hast Angst, Clementine. Was ist das Problem? Du weißt, du kannst mit mir sprechen, nicht wahr? Ich war falsch, als ich dich erst kennengelernt habe, aber ich versuche auf alles, dass das nie wieder passieren wird. Ich... Ich muss mit Kenny sprechen. Du weißt? Ich verstehe, du bist unkomfortabel. Ich versuche dich nicht, wenn du nicht möchtest. Geh zurück und mit Kenny sein. Geh zurück. Ich liebe dich, diese Scheiße. Ich liebe dich, diese Scheiße. Luke! Bloß nicht zu laut, hey, sonst hört es nach der Troy da draußen. War da grad Blut auf dem Boden? Oh, shit. Das klingt echt alt. Er ist wahrscheinlich gut. Luke! Wo ist er? Oh, shit. Da draußen ist gar Troy vorbeigelaufen. Luke! Wenn du schlappst, komm raus! Die Tür ist noch ein Stück offen. Warum ist die Tür noch offen? Was? War er hier schlafen? Na ja, irgendwo... ...muss er geschlafen haben. Alter! Du solltest nicht hier draußen sein. Holy shit. Du Leute sind hier einen Tag und du bist schon auf. Warte, was passiert. Geh zurück! Hey! Aber wo ist Luke? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Geh zurück! Und wie ist es, dass wir für unsere Vertrauen... ... mit Trägerie... ... mit Dezitt... ... mit Fehl... Was ist passiert? Ich weiß nicht, Clement. Was, was du planstest, ist vorbei. Es ist fertig. Du kannst nur weg von deinen Problemen. Du kannst nur auf und verlassen, wenn es schwierig wird. Du kannst nicht woanders gehen, wenn es schwierig wird. Du kannst nicht woanders gehen, wo es nicht. Es schwierig ist alles, was wir jetzt haben. Geh das durch deine scheiße Scheiße. Luke hier, er kann dir nicht helfen. Du musst dir helfen dir. Du musst dir helfen dir. Du musst dir helfen mir, Du kannst dir helfen dir. Du kannst dir helfen. Du kannst mir, wo der andere ist. Ich werde auf drei. Wenn das Radio nicht in meine Hand ist, dann wird das Radio nicht in meine Hand sein. Du musst es machen, dass es schwieriger wird. Du kannst dir helfen. Einen... ... zwei... Ich habe es gefunden. Es ist gerade hier. Ich habe es gefunden. Es ist alles okay. Entschuldigung darüber. Ich bin nicht sicher, was ich dachte. Ich kann... ... drei... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Christus, stopp! Stopp ihn! Somebody stopp ihn! Troy, mach was! Clementine, hilf mir! Du musst das tun, Bill! Nein! Stopp ihn! Kenny! Kenny! Wir müssen Kenny helfen! Oh, komm, hey! Troy, der kleine Wichser! Bill! Das ist genug, Bill! Bitte! Bill, da ist eine Brücke! Ah, hey! Everyone, komm mit mir! Bonnie! Du gehst mit mir! Sicher, dass diese Leute nicht mehr in die Probleme kommen! Ja, okay. Keine Brücke für dich heute Abend. Vielleicht wird dir ein fröhliches Gehirn geben. Und wir versuchen das wieder heute Abend. Mach dein best mit ihm, Carlos. Du musst ihn mit ihm bewegen, denn wir sind heute Abend. Wir sind heute Abend. Sehr schön, sie sind endlich auf unserer Seite, das gefällt mir. Nichte Nottingham. Au! Verdammt! Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie kann uns aus der PIN, wenn wir das PA System gehen können. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. Was hast du gesagt? Look, ich weiß, ein Teil davon ist meine Brücke. Ich weiß. Wir können nicht hier bleiben. Genau. Wir haben keine Ahnung, wie lange Alvin hat, bevor Bill hat ihn. Wir müssen jetzt gehen. Look, ich verstehe, was du sagst. Aber es ist riesig. Es ist ziemlich riesig, Leute. Riesig? Siehst du was, was das sonneige Brücke gerade gemacht hat? Look, der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Und es ist alles fertig. Die Hard Part ist fertig. Dieser Mann ist fucking verrückt. Wer weiß, was er weitergeht? Ja. Aber wir sind jetzt mit einem Mann, mit einem Mann, Sarita, in keinem Form zu tun, und ich bin ein verdammter Messer. Schau. Wir sollten uns aufstehen. Okay, wir sollten unsere Zeit und wir sollten eine Eröffnung warten. Der Körper ist bereit, uns heute Abend zu helfen. Und das bedeutet nicht, dass sie es noch andere Nacht zu tun kann. Ich weiß nicht, Leute. Luke macht Sinn. Vielleicht sollten wir warten. Wir sollten nicht warten. Wir sollten nicht warten. Wir sollten nicht warten. Wir sollten nicht warten. Wir haben geschaut. Es gibt kein Essen. Es gibt keine Suppe. Es gibt keine Suppe, vorhin da hinten. Es wird nur noch schlimmer werden. Das ist das, was ich darüber spreche. Du hast besser ihn fixiert. Du hast besser. Ich mache mein Bestes. Seine Orbital ist zerbrochen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es viel Hoffnung für den Augen ist. Ich habe ihn so stabil, wie ich konnte. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn ein bisschen verletzt. Ich habe ihn verletzt. Aber bis er erinnert, wir werden nicht wissen, ob es dauerhaft zu sein ist. Fuck. Okay, schau. Vielleicht bin ich nur mit dem Geist. Aber wenn... Dammit, wenn ihr alle ernst sind, dann werden wir müssen darüber sprechen, vielleicht... ...leving einige Leute hinterher. Nein! Wir lassen ihn auf keinen Fall zurück. Wir lassen ihn auf keinen Fall zurück. Wir lassen ihn auf keinen Fall zurück. gut. Weil... du musst nicht... ...hier. Ich bin okay, Hund. Wir verlassen heute Abend. Der Plan ist nicht geändert. Nicht schlecht, Opa. Danke, Arschlade. Du bist ein schwerer Mann. Schwierige Mann. Schwierige Mann. Schwierige Mann. Schwierige Mann. Schwierige Mann. Schwierig. Du bist okay? Das war nicht dein Falt. Okay. Es ist okay. Es ist okay. Okay. Was ist jetzt? Wir kommen hier raus. Jetzt, jetzt. Ja. Nein, nein. Wir brauchen jemanden, um diesen P.A. zu setzen, Ich meine... Du hast ja nie geholfen, um zu erklären, wer das zu tun soll. Alles klar. Wer wohl? Wir machen das. Wir machen das. Ja. Sie ist der Plan. Sie ist der Plan. Wurde. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Sie ist der Plan. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Das ist richtig? Perfekt. Werden wir hoffentlich hinbekommen. Beantwesen! Okay. Clem, du hast sicher, du Alvin herbekommen. Na, dann mal rein da. Alvin! Oh, Schüttel, der sieht echt heftig aus. Alvin, bist du okay? Er sieht auf jeden Fall ziemlich am Ende aus. Oh, oh. Ist er tot? Das wäre mal richtig scheiße. So, wo sind jetzt diese verdammten da hinten? Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Außenlautsprecher aktivieren. Ganz wichtig. Externe Lautsprecher anschalten. Okay, jetzt die Mic. Jetzt die Mic. Was? Was ist falsch? Ah ja. Nein, 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 nein! Nein, wo sind wir? Okay, wo sind die verdammten Daumen? Liegt eine. Ich sehe eine. Komm. Rein damit und play. Komm schon. Jawohl. Kommt hierher. Oh, Alvin! Ich werde der Will Carver umbringen. Ja. Carver talks all that tough guy shit. Then keeps the tiniest gun in the universe. Something funny about that. We have to get out of here. We have to get out of here. Come on. We have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I... 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 I've run out of road. What? No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Thank you. Oh jee, ich möchte noch nicht zurücklassen. Alter, scheiße. Seine Rache an Carver wird er wohl nicht mehr bekommen. Befürchte ich. Naja, da kommen sie alle. Oh shit. Können wir da runter einfach? Im besten Fall ist da gerade keiner. Scheiße, wir hätten die Pistole nehmen sollen. Und? Jawoll. Ein schöner Tritt. Ja, komm. Hau ihm die Fresse ein. Er braucht's. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? Alvin! Rebecca, I am... Oh god, I am so sorry. Chillin'. Rebecca, Rebecca, sweetie, my god. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle. We got on... Erschieß ihn. Also wirklich von dem Typen hab ich auch die Schnauze voll. No, I just... Go on, and wait outside. Kenny hat jetzt seine Rache. Wir müssen gehen. Kenny, bitte. I only need a minute. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Look at you. You fucking ingrates. You don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. Lambs to the slaughter. Clementine knows exactly what I'm talking about. No. I'm not letting you see this. It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look at me in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should've put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. What the fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, sie dabei zusehen zu lassen, aber sie war auch richtig angefressen auf ihn. Das hat man auch schon gemerkt. Alter, holy shit. Let's go. Das hat man auch schon schlimmeres gesehen. Auf jeden Fall. Verdient hat es. Rehabilitiert. No, no, I'm, I'm, I'm all right. Come on. We got enough to worry about it. Man, we're never gonna make it through this. You kid me? If Clem can handle it, you can. Shit, I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here, you're gonna need something. Thanks. Na dann. Oh, auf geht's, Leute. Holy shit. Ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt tatsächlich noch was machen muss. Hä? Na lecker. Na lecker. Na lecker. Mach's quick. Wir müssen uns bequeredet, bevor die restlichen Klieg sind, oder wir sind fucked. Das wird nicht gut funktionieren. Ich gehe zuerst. Du wirst das auf dich selbst stellen? Wir müssen. Wir haben dich, Sarah. Wach. So ekelhaft, dass er wüsst, aber es ist die einzige Möglichkeit, zu überleben. Oh, shit. Everybody shut the fuck up. Es wird okay, Honey. Just stay still. Uh, are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. Na dann, mal ab durch die Menge. They're almost all us. In the actual fuck, it's going on here. What is this sick shit? Jetzt wird er gefressen, oder? Boah, hoffentlich. Bitte. Hey, hey. Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you with me. Genauso krank wie Bill Carver. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck. This shit is... I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Sie bringt den netz ohne, oder? Oh! Die haben keine Chance, das irgendwie zu schaffen. Die haben nie im Leben genug Munition, um das alles zu schaffen. Oh, oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Holy fuck. Das ist nicht gut. Wir müssen hier weg. Oh fuck. Oh oh. Los, weg hier. Alter, bloß schnell weg hier. Komm, 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 komm. Alter, Sarah hinterher. Oh shit. Wir müssen hier die Hand wahrscheinlich abtrennen. Das würde helfen. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn sie stirbt. Und wenn sie sich verwandelt. Alter, solche heftigen Entscheidungen, das ist wirklich... Puh. Sarahs Gläser. Sie wird jemanden getötet. Wenn ich gesagt habe, ich hatte die Radio, Carver könnte nicht so... ...so witzig sein, zu... Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe würde dir tun. So wie sieht es? Am ich immer noch so schön sein, wenn das healt? Du musst nach dem Walken gehen, ohne all die anderen zu schildern. Was sollst du tun? Nicht jetzt. Nicht jetzt, darling. Gib mir, wo die fuck ist, Luke? Sie werden alle sterben, Clementine. Nicht lassen sie dich mit ihnen ziehen. Im Auge des Sturms. Holy fucking shit, hey. Das war Episode 3 von The Walking Dead unter hohem Risiko. Wir schauen uns jetzt ganz kurz die Entscheidungen an. Wir haben Sarah bei der Arbeit geholfen. Wir haben Bonnie nicht gegenüber Luke erwähnt. Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz sicher, ob wir ihr vertrauen können. Selbstlosigkeit. Wir haben den... Ja, wir wollten... Achso, wir haben versucht, den Typstatt zu vertuschen. Ah ja, genau, gegenüber von Carver dann. So gesehen, wie Kenny Carver tötet. Ja, haben wir. Und wir haben Saritas Arm abgeschlagen, damit wir sie retten können. Ja, Freunde, das war's mit Episode Nummer 3. In der nächsten Folge beginnen wir mit Episode Nummer 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.